Herzlich Willkommen zurück zu Great Diverse. Wieder mit dabei durch Bärchen. Jo Boch. Und der Neo. Guten Tag. Wie Lust vor sie das jetzt gesagt hat, ne? Ja, ja. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann sag es doch einfach. Nein. Du kannst ja mal Dächer und Decken ziehen. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich immer der Neo sag. Ja, deswegen habe ich mich auch so benannt. Hier ist ein... Ach so, du bist da oben. Ich muss sagen, hier ist irgendwie was im Weg. Ja. Ja, hier kommt noch ein Kronleuchter dran. Das heißt, wir brauchen gleich Kettenbärchen. Ja. Wir brauchen gleich Kettenbärchen. Ist auch schön. Ja, Kettenbärchen. Wir brauchen gleich Kettenbärchen. Was ist das neue Glücksbärchen? Kettenbärchen. Das Kettenbärchen. Das SM-Bärchen. Mit Lack- und Ledermaske. Ja, nun klar. Ja. Ja, doch. Wo siehst du denn da die Ketten, aber... Ja, die sieht man... Ein, zwei... Ein, zwei... Ein paar kann ich schon mal dran machen. Aber so viel habe ich leider nicht mehr. Ich habe nur zehn. Nee, ich habe auch keine. Ich habe keine. Hat noch jemand Stone-Slaps? Ja. Ein paar. Gut, ich brauche mehr. Warte. Ja, warte. Ich bin auf dem Weg. Was ist das? Ja. Nicht so. Was ist das denn? Keine Ketten mehr. Dann komm her. Ja, und die Kronleuchter bräuchte ich. Okay, kannst auch herkommen. Wee. Guten Tag. Boah, das wird jetzt eine Scheißerei. Das wird eine richtige Kackerei. Bitteschön. Eine Scheiß-Party. Eine Scheiß-Party. Hast du? Nee, ich komme nicht. Ja. Ja, danke dir. Bitte dir. Wer hat denn die Iron Stairs? Ich? Die brauche ich. Aber warte mal. Kannst du mir ein paar geben? Dann gucke ich, wo wir welche geben. Ja, ich habe noch. Ich habe noch einen Fackel, ne? Kannst du mir die auch mal hinpacken? Mach auch mal, da kann ich sie gleich immer noch. So ein paar. So ein paar. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn noch? Ich habe nur noch irgendwie 50. Ja gut, das reicht. Ich höre mal bei 20 auf. Ja, das sollte reichen. Jetzt habe ich dir 55 gegeben, ne? Nein, will ich nicht. Ich habe aus Versehen den falschen Knopf losgelassen. Nein. Nimm raus. Und lass drin. Okay. Wenn du welche brauchst, äh, ich bin hier drüben. Jetzt traut er sich selber nicht, weil sonst das auch noch passieren könnte. Ja, ja. Dann kann ich hier schon mal die kleinen Fackeln dran machen. So. Ich denke immer dann, wenn du Fackeln sagst du immer im Fackel-Terry. Nein. Ach, da kommt ne große hin, ne tolle Wurst. Große Wurst ist doch lecker. Schöne große Fleischwurst. Ja, natürlich. Knofi drin und so. Lecker, lecker. Und wir reden wieder vom Essen. Ja. Ich brauchte Pizza. Gulpopo. Gulpopo? Ja, Gulasch. Ah, gut Arsch. Pizza hatte ich gestern. Pizza hattest du gestern? Ja. Oh Gott. Selfmade-Pizza oder Bestell-Pizza? Tiefkühlt-Pizza. Ja. Achso, Kaufpizza also. Ja. Kaufpizza für später. Nein. Für später. Tu was Gutes Pizza. Zum Glück überhaupt nicht übertrieben, dieser Kronleuchter. Ja, ja, ja. Kann man hier auch noch einen Fackeln rein? Ja. Oh Gott, wie viele Schleichwege ist hier einfach mal. Ja, ist geil, ne? Total unnötig. So, was geil ist. Danke. Was? Hast du die Tür zu gemacht? Ja, ich hab das. Indem ich die Tür zu mache, hab ich gesehen, dass Kia reingerannt ist. Oh. Ich war gerade in der Nähe und wollte gucken, wovon du redest. Ja. Aber nicht in dem Raum, in dem anderen Raum. Auf der anderen Seite. Da kamen drei, drei Fackeln rein. Eigentlich total, ja, unnötig. Aber egal. Ich find ja auch schon die beiden Fackeln, die du da jetzt rein machst, das schon unnötig. Besonders wegen dem Kamin. Ja, sind sie auch. Der Kamin ist ja zum, äh, zum Freudenspenden, wollte ich jetzt sagen. Ähm. Zum Feuerspenden gedacht worden. Ja, ja, ist schon klar. Der Freudenspender. Der Freudenspender. Ähm, Bärchen? Ja? Und du hast doch noch diese Medieval-Dinger, ne? Ja, ist noch ein paar. Diese, nochmal, ja, diese neuen Steine, diese Steine halt. Welche? Ich weiß jetzt nicht, welche du meinst. Ähm, hier den Boden. Ich hab keinen Medieval-Boden. Und hier, diese Brickwall. Medieval-Brickwall-Dinger. Die MacGyver-Brickwall-Dinger. Ja, hab ich. Davon brauch ich noch einige. Es sind nämlich keine mehr in der Truhe drin. Ja. Oh, ich... Reicht, glaub'n. Ja, das reicht jetzt erst mal. Gut. Dankeschön. Bitteschön. Schon mal aufgefallen, der kommt immer nur... Achso, der steht noch da, warte. Ja. Bitte? Nix. Ich warte, bis du weg bist. Mhm. Dich auch. Gier ist ja schon mal aufgefallen. Immer wenn da was runterkommt, der vorbei. Tja. Wenn du alles bunkerst... Kann ich was dafür, dass ich leere Taschen habe? Hm. Hm. Ja. Okay. Du hast die falschen. Nein, nein. Ich hab mich irgendwie festgebackt. Juhu. Ein Fest-Bug. Ein Fest-Bug. Ich verwechsel mit dem Party-Bug. Ahaha. Lustig. Wie komm' ich denn da jetzt wieder hoch? Scheiße, hat einen die Steinleitern? Ach, die hab' ich. Okay. Das ist gerade erledigt. Hat er es selber gebaut und weiß nicht, wie er rumkommt. Nö. Oh Gott. Ja, dann machen wir mal weiter, wa? Ja. Jo, jo, jo. Wo ist das? Und springen. Aber so langsam sehe ich nicht mehr, wo irgendwelche Steine noch überhaupt hin müssen. Weil es einfach so viele sind hier. Dann bauen wir mal einen Turm. Ja und nee. Was ja so absolut auch unsinnig ist, dass das Dach teilweise Löcher hat. Echt jetzt? Mhm. Einen Turm haben sie teilweise Löcher. Da haben sie gespart, ne? Da wo sowas reinregnen kann und sowas, ne? Ja. Ja. Aber hier, ähm... Aber so ein Obsidian-Breakwall-Dings-Bummens da mittendrin in... in... in der Erde drin. Das ist was anderes. Ja, klar. Das ist voll was anderes. Was haben wir jetzt hier gemacht? Warum hat man das hier gerade so geplümmt? Da kommen zwei hin. Alles klar. Wo ist das? Ja? Wollen die helfen? Nee. Ich könnte jetzt die Fenster gebrauchen, die Kia von mir genommen hat. Ja, Moment. Ich bin sofort auf dem Weg zu dir. Mal gucken, ob ich hier irgendwo noch Iron hinbekomme. Hm. Wo ist das? Huiiiiuiiii. Oh. War jetzt nicht gut. Ach, warum geh ich nicht einfach die Treppe hoch? Das wär zu einfach. Weil einfach... Einfach einfach ist. Und ich in deinem Wort, äh, in deinem Namen steht. Das Wort ist jetzt die Barrett Wingos. Genau. Ihr hättet jetzt auch mal pflanzen können. Okay. Du bist doch eh da unten. Meinst du, sie sind auf meinem Niveau? Boah, dass sie sich selber tisst. Das ist so... Ach schön. Würde ich nie sagen. Und auch nicht denken. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Es kommt mir nicht runter. Hey. Spring doch. Die Leiter will nicht, dass sie hier runter gehen. Ach so. Böse Leiter. Und vor die Mobbingleiter. Ja. Ja. Ernsthaft? Ernsthaft. Ernsthaft? Ja. Wie hoch geht die Leiter denn? Du baust das Ding noch höher als der linke Turm. Ja. Und dann fragst du doch, wie hoch die geht? Ja. Ja, tue ich. Oh, ein bisschen haben wir noch vor uns. Ach, das bisschen. Ein bisschen. Mein Gott. Das bisschen Burg bauen ist doch kein Problem, sagt das Bärchen. Sagt Herr Bär. Das reimt sich besser. Das reimt sich genauso wenig. Aber es klingt besser. Vom Rhythmus her vielleicht besser, ja. Ja, ganz süße. Ach ja. Plupp. 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 Palum palum. Was? Was? Palum palum. Ja, folge ich schon wieder vorbei? Hm? Folge ich schon wieder vorbei? Nein. Warum machst du denn so was? Dann würde ich Pummelummeluf machen. Ja, ey. Ey, hör mal. Bei dir weiß man noch nie. Heute Pummeluf, morgen Pamalam. Und vielleicht jetzt sogar Palim palim. Nein. Pamalam. Pamalamlam. Irgendwann singt sie Öla Palöma. Öla Palöma. Best. Lass es lieber. Hast du auch die Discord-Störung gerade? Nein, leider nicht. Ich meine, die du gehört hast. Achso, ja, ja. Das auf jeden Fall. Discord hat einen fatalen Erwachen. Ja. Please try again. Mücke. Was? Mücke? Mücke. Oh nein, eine Mücke. Ja, er wollte mich eine Mücke aussaugen. Und dann hast du ja dann dem Elefanten doch Erdnisschen gegeben, ne? das ding ihr bein fertig also nach dem loggen dinge donkel war ja schon fertig ob danach dürfen wir dann einweisen ja ja war schön und doch wir möchten gerne dieses modell zurückgeben ist ein bisschen fehlerhaft ja war es nächster top fertig einer sind doch stimmt der ist auch schon fertig glaube ich dieser kleine in dem turm hier hinten hier hinten links ist auch noch ein turm ja ganz hinten ja ja genau die musste noch melken 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 könnte diese kleinen packen brauchen ja kommen wir welche holen kommen bestimmt auch wieder steine unten drunter die man jetzt noch nicht sieht hier kommen noch ein raum hin ernsthaft hoch ich glaube ich brauche doch noch mehr von diesen medival rickwoldingern auch bärchen aber ich fliege noch und ich lande ja 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 ein turm fehlt noch ganz hinten kommt noch ganzer turm so ist das ja oh mein, 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 oh oh Gott es wird echt lustig, das ding hier oh, sie klingt ziemlich imposant aus jaaa imposant da ist schon hier bärchen? jaa wegen dem Fackeln ne, das noch nicht. ich habe jetzt gerade geguckt was von uns so fehlt Ich muss halt auf die Trugel... Ja mit den Treppen müssen wir dann später nochmal gucken, dass wir die irgendwie fertig kriegen. Die weiche Treppen? Die Iron Stairs. Also ich habe jetzt einmal drum herum geguckt, dass müssten jetzt eigentlich alle drin sein. Auch von den anderen? Auch außen die? Ja. Echt? Ist das schon gemacht? Wenn ich keine übersehen habe, dann nicht. Ich habe mich selbst von der Mauer geschubst. Ja. Boah. Ja, dann beende ich jetzt mal die Folge. Danke. Mach das. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Ja. 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 Ja, ich musste schulucken. 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 Ja. Und wir hören uns morgen. Genau. Ja. Und wenn wir wieder weiter bauen. Ja. Ja. Und bauen. Und bauen. 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 Und... Bäschen, wir brauchen Windows. Bauen wir mal los. Achso, keiner ist die E-Messpray auf dem Rechner oder was? Ah ne, warte. Die habe ich schon gut. Jupp. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.